Musik Also es macht einfach Spaß in diesem Verein und da können Sie fragen, wen Sie möchten. Alle Gänsereiter sind begeistert und jedes Jahr aufs Neu, wenn der Karneval eingeläutet wird und unser Reitgeschehen ansteht, dann finden Sie nur eine volle Begeisterung bei den Leuten. Ja, ich bin die zweite Kaiserin hier im Gänsereiterclub Freisenbruch. Wann waren Sie denn Königin, Königin, Königin? Ich war 2008 Königin, 2010 und 2012. Flott hintereinander. Und das ist meine Auszeichnung. Ich bin noch jung an Jahren, ich werde 82. Und Ihr Vater hat den Verein gegründet? Mein Vater und mein Großvater, das waren so zwölf Mann, die den Verein gegründet haben. Wann war das? 1926. Freisenbruch, gut Rind, gut Rind, gut Rind. Musik 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 Gut, recht, gut, recht!